zu Ehren der Wunde der rechten Hand im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen zu Ehren der Wunde der linken Hand im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen zu Ehren der Wunde des rechten Fußes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen zu Ehren der Wunde des linken Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Marianne, deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Marianne, deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Marianne, deine so sehr geliebte Brot. Rosenkranz der siegreichen Königin der Welt. Unser Glaube ist am Kreuz. Unsere Hoffnung ist am Kreuz. Unsere Liebe ist am Kreuz. Unser Leben ist am Kreuz. Und unser Sieg ist am Kreuz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria. Es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, Zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. So ist die unbefleckte Jungfrau, die siegreicher Königin der Welt. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreicher Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreicher Königin der Welt. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, es lebe die siegreicher Königin der Welt. Alleluja, Ave Maria, es lebe die siegreicher Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreicher Königin der Welt. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreicher Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreicher Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt. Zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Heilig, 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 Herrgott, der Herrscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Herrgott, der Herrscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Herrgott, der Herrscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 28. Oktober 1947 6. April 2001, Herz-Jesu-Freitag. Kreuzweg der Liebesflamme. Liebesflammkreuzweg. Mutter Gottes, meine lieben sühnenden Kinder. Kommt mit mir, damit wir den schmerzvollen Kreuzweg Jesu und auf euren eigenen gemeinsam gehen. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir bieten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus fragt nach der Wahrheit und verurteilt zugleich die Wahrheit. Satan ist der große Blender. Er tut alles, damit der Mensch die Wahrheit nicht erkennt. Denn er verblendet ihn durch sein trügerisches Licht. Sucht die Wahrheit, das wahre Licht, und folgt ihm nach. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegerfeuer mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich und hilf den armen Seelen im Fegerfeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein göttlicher Sohn beginnt, sein Kreuz tragend, seinen letzten Weg. In der Nacht vor der Gottes ist es notwendig, dass ihr täglich eure winzigen Alltagskreuze auf euch nehmt und diese im Beten der Sünden der Gesinnung mit Demut, Geduld und Liebe tragt. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegerfeuer, dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegerfeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Beim ersten Fall gibt dir Liebe Kraft zum Neubeginn, zum Weitergehen. Wenn ihr auch in Sünde gefallen seid, so lasse ich, als Mutter der Barmherzigkeit, mit bangender Liebe und mütterlicher Fürsorge, meine Liebesflamme reichlich über euch ausströmen. Damit Satan dadurch geblendet und ohnmächtig wird, und ihr so von euren Sünden aufstehen könnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Begegnung meines göttlichen Sohnes mit mir ist Freude und Schmerz zugleich. Freude, weil sich unsere Blicke begegnen. Unser Herz kommt erneut zur Kraft. Doch diese schmerzvolle Begegnung ist geprägt durch das Leid seines gematerten Leibes. Wenn ihr euch in Kummer in guten und schweren Zeiten an mich wendet und eure Zuflucht zu meinem unbefleckten Herzen nehmt, dann werdet ihr wirklich erfahren, dass ich stets eure sichere Zuflucht bin. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station Simon von Sirene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Sie hatten Simon genötigt, das Kreuz meines Jesus zu tragen. Oft zwingen euch die Umstände zum Kreuztragen. Wenn ihr jedoch die demütige Bereitschaft des Herzens Jesu auf euch wirken lasst, so werdet ihr es erlernen, eure Kreuze mit Hingabe zu tragen. Ich lade euch ein, im Werk der Seelenrettung meine helfenden Gefährten zu sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken in deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika, recht Jesus, das Schweißtuch da. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein göttlicher Sohn hat den Liebesdienst Veronikas bereitwillig angenommen. Ja, er hat sie mit seinem göttlichen Abbild beschenkt. Ich ziehe euch an mein unbeflecktes Herz, damit ich mit mütterlicher Liebe in euch das Abbild meines göttlichen Sohnes ausformen. Seid zum aufrichtigen Liebesdienst für andere stets bereit. Doch nicht für jene, die auch euch mögen. Doch nicht nur für jene, die auch euch mögen. Begegnet allen mit Liebe. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute das ganze Wegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der zweite Fall Jesu ist Ermutigung für alle, dass ein Aufstehen möglich und ein Neubeginn notwendig ist. Gebt den Kampf nie auf. Es besteht immer Hoffnung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewenedeit unter den Weibern und gewenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O, wenn ihr eure und auch die Sünden anderer demütig bereuen könntet. Das gehört zum Wesen der Sühne. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegerfeuer, mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hieß, den armen Seelen im Fegerfeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Gnade hilft dem Stolpernden. Wichtig ist, dass ihr von der Sünde aufstehen und die schlechten Gewohnheiten aufgeben wollt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirkung deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf, den armen Seelen in Fegefeuer. Zehnte Station Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mit den unreinen Gedanken und Handlungen verhöhnt der Mensch Gottes heiligen Plan und Willen. Jesus hat an seinem eigenen Leib die Sünden der Unsittlichkeit gesünd. Er sucht dir doch Nachfolger. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr müsst täglich eure egoistischen Wünsche kreuzigen, damit ihr wahrlich glaubwürdiger Christus Nachfolger sein könnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, warme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Selbstüberwindung der Verzicht das Fasten All dies ist ein kleines sich selbst Absterben eures egoistischen Strebens. Verte unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria Mutter Gottes bitte für unsere arme Sünde überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebes Klammer jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station Jesus wird in den Schoß seiner betrübten Mutter gelegt. Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wenn ihr um Gottes Willen eurem Egoismus entsagt, Werdet ihr erfahren, dass ich mich euch mit mütterlicher Liebe zuwende. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Wegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebes Flamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erwarme dich unser und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Vierzehnte Station Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Gottes heiliger Wille ist, dass ihr wie und mit Christus begraben werdet. Um einst auch an der Herrlichkeit seine Auferstehung teilhaben zu gönnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für unsere arme Sünde, überflute das ganze Fegerfeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegerfeuer. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinder lieb uns allen deinen Segen geben.